Jööö, ein Scheissdreckzeugchen auf dem Grotesch. Find ich herzlich. Und jetzt merkst du, dass das Wetter hält tatsächlich? Ich habe es nicht besprochen heute Mittag. Es ist ein angenehmes Fass nach dem Wetter, muss man sagen. Ja, solange es nicht regnet, Gäste und Vorgäste ist definitiv ein Schlag zu warm gewesen. Gut, natürlich für Leute, die vor dem Hotel Basel im T-Shirt sitzen und im Eisweid trinken, war es perfekt, aber für die, die wirklich auf der Piste wienen, ist es doch eher streng, wenn es so heiss ist. Darum trinkt man ja an Fasnachten an einen Ort, wo es heiss ist, auch wenig anzuziehen, wie z.B. am Karneval in Rio de Janeiro. Meine knickende Optik lenkt nichts und ausschräge Namen zu lesen. Dafür haben wir Zeit, ein bisschen zuzuhören. Sie nennen sich übrigens Stadtpfeffer. Ich habe es doch noch Arme bekommen, das zu entziffern. Oder weiß ich nicht. Bis bald.